Was macht eigentlich der Logarithmus? Mal angenommen, neben einem Turm steht ein Elefant und neben dem Elefanten sitzt eine Maus. Du willst jetzt von dieser Szene ein Foto machen. Auf geht's! Moment, da sieht man ja nur den Fuß vom Elefanten. Nochmal. Schon besser, aber der Turm ist noch nicht ganz drauf. Wir müssen nochmal weiter weggehen. So, jetzt ist der Turm ganz drauf, aber dafür sieht man die Tiere nicht mehr. Die sind ja viel zu klein. Das Problem ist der immense Größenunterschied zwischen den einzelnen Fotomotiven. Wenn uns in der Mathematik verschiedene Größenordnungen begegnen, hilft uns oft ein Werkzeug weiter. Und das ist der Logarithmus. Zurück zum Beispiel. In der echten Welt ist der Big Ben 2000 Mal so groß, wie eine kleine Maus lang ist. Wenden wir den Logarithmus an, wird die Größe von Maus, Elefant und Turm nun viel ähnlicher. Maus und Turm unterscheiden sich nur noch um den Faktor 6 ungefähr, weil der Logarithmus viel stärker auf große Zahlen wirkt als auf kleine. Der Logarithmus macht also verschiedene Größenordnungen vergleichbar. Ach, wenn meine Kamera das doch bloß auch könnte. Und... 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 Vielen Dank.